Willkommen zurück zu Alva's Awakening. Wir sind jetzt hier beim, ja, dritten Boss, sind hier am Verzweifeln, am Lernen der Rotation. Und das ist wirklich nicht gerade ohne. Aber, wir schaffen das schon. So. Hier runter, hier runter und hier runter. Und hier durch. So. Es ist eine ganz normale Rotation, der Boss ist eigentlich relativ simpel. Ihr müsst nur diesen ganzen Geschossen ausweichen. Ach, ja, das war dumm, dummert Proplay. So. Tschüss. Zweiter Treffer. So, okay, jetzt sind wir wieder in der Ausgangssituation, wie wir im letzten Part geendet haben. Eine Energie. Und wir müssen versuchen, das Beste rauszumachen. Halt, stopp, der geht jetzt hier nochmal lang. So. Okay, das ist mir zu riskant. Das gehe ich lieber nicht ein, das Risiko. Aber das hier kann ich machen. Und er müsste jetzt runterkommen. Bam. Jetzt geht er wieder auf die andere Seite. So. Nein. Na Welche zum monster ich bin ein monster monster Amt 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 Ich hab ja im letzten part schon gefragt wie viele versuche habt ihr gebraucht um das alles zu schnallen wahrscheinlich schon beim ersten einige So Haha ich hab's geschafft So Jawoll Halt stopp ich muss jetzt hier zurück Okay das war's wert So Oh das hilft mir ja sogar Oh cool So bleiben wir schon hier stehen Nein Oh 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 ohhhhhhhh Nein Ahhhh So Und du gehst wieder oben lang, ne? So. Wow. Nein, 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 der kommt wieder unten lang. Der kommt unten lang. Jawoll. Komm, und jetzt auf die andere Seite. Yes. Was so ein Block das Leben retten kann. Yes, yes, ja. So, jetzt kann ich hier rechts lang oder da links lang. Und ich werde jetzt hier erstmal rechts lang gehen. Und tschüss. Komm, gib mir doch ein Herz. Ich brauche einen Save-Point. Und wenn... Na toll, darf ich gar nicht lang. Ole, ole. Das ist jetzt ganz doof. Und weg. Ich brauche ein Herz. Nein. Nein. Das ist bitter. Das, liebe Leute, ist richtig bitter. Oh, wartet. Der Boss ist besiegt. Er zählt als besiegt. Yes. Oh, das Spiel ist kein Arschloch. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Trotzdem muss ich da jetzt lang. Das wäre jetzt echt gemein gewesen. Oder bitter. Das wäre richtig bitter gewesen. Uh. So. Danke. Ähm. Wie soll ich das denn jetzt schaffen? Das geht doch aktuell gar nicht. So. Und hier runter. Oh. Da ist der Schalter. Damit das mal aufgeht. Und wir können hier runter. Ist das nicht... Ach, du Schande. Wow. Ich habe es geschafft. Juhu. Ähm. Ups. Und tschüss. So, ich kann jetzt hier runter? Oder da rüber? Ich bevorzuge erst mal da rüber. Und hier kann ich eh nichts machen. Ah, hier kann ich runter. Wir gucken mal, was wir hier unten haben. Und auf der anderen Seite ein Schalter. Okay. Wenn da nichts ist, weiß ich auch nicht. Aber es ist anscheinend nichts da. Irgendwo ein Schalter aktiviert. Passt schon. Problee, drücken wir alle Schalter. Irgendwas wird schon passieren. Okay. 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 Riecht das eigentlich kaputt? Nee. Okay. Das heißt, da hinten ist auch noch ein Weg runter. Den sollte ich da mal nehmen. Nein. Boah. Das war gemein. Wir nehmen jetzt hier den Weg runter. Ah. Genau. Moment. Hundertprozentig hier irgendwo. Nein. Hier ist wirklich kein Weg runter? Hätte ich jetzt echt vermutet. Äh. Also ich hätte jetzt wirklich vermutet, dass da irgendwo ein Weg runter ist. Ach man. Beim ersten Mal so gut und jetzt so schlecht. Aber nur gut. That's life. Wundert mich echt, dass hier nichts ist. Warte mal. Ist hier irgendwas? Nö. Ich kann ja auch nicht darüber oder so, ne? Ah. Hier ist dann wahrscheinlich irgendwo der Geheimgang. Ja, da ist der Geheimgang. Ich muss nur gucken, wie ich rüberkomme. Oh, ist das doch wieder sowas. Hm. Jam, 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 jam. Ist das. So. Hier runter. Oh. Aaaaaah! Mon Dieu! So! Ok! Wir haben den Hamba! Nein! Wie soll das gehen? Aaaaaah! Da darf ich mir vorher kein Schnitzer erlauben. Und das ist ja schon echt ein Ding, was bäh ist. So! Das haben wir schon mal geschafft, ohne Probleme. Und das auch. Ok, bis dann sind wir safe. Machen wir jetzt so platt. So! 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 Danke! So! Ach, da sind wir durch. Oh mein Gott! Es wird immer schlimmer. Aber jedenfalls kommen wir jetzt hier auch durch. Yay! Wir haben das nächste gefunden. Oh geil! Was? Hier sind wir? Na super! Super! Du kannst mir ruhig noch mal ein Herz geben oder sowas. Nö! Ok! Warum Herz? Brauchen wir nicht. Herzen sind viel zu überbewertet. Der tut mir nix. Dann würde ich sagen, liebe Leute, wir sind wieder hier, wo wir im letzten Part angefangen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohaut rein. Tschö tschö! Tschö!